Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Teil 10. Was bisher geschah. Das Liebespaar Chariklia und Theagenes sind in Memphys gelandet, am Hof Arsakes, der Schwester des persischen Großkönigs und Frau des persischen Stadthalters Orndates. Arsake hat sich unsterblich in Theagenes verliebt. Chariklia wiederum gibt sich als Schwester von Theagenes aus. Arsake tut nun alles, um Theagenes zu ihrem Geliebten zu machen und ihre Dienerin Kübele hilft ihr dabei. Kübele wiederum hat einen Sohn Achemenes und Achemenes wiederum ist verliebt in Chariklia. Es ist also ein großes Liebesdurcheinander entstanden und im Folgenden wird das Liebespaar auf eine schwere Probe gestellt für ihre gegenseitige Treue. So waren schon fünf oder sechs Tage verstrichen. Arsake hatte Chariklia bereits ein- oder zweimal empfangen und Theagenes zuliebe besonders aufmerksam und freundlich behandelt. Da sah sich Kübele genötigt, mit dem jungen Manne deutlicher zu sprechen. Sie entdeckte ihm Arsakes Leidenschaft unverblümt und stellte ihm tausend Freuden in Aussicht, wenn er sich willfährig zeige. Was ist das für eine Schüchternheit, bemerkte sie dabei, was für eine Kälte. Solch ein hübscher und kräftiger junger Mann weist eine Frau zurück, die ebenso reizvoll wie verliebt in ihn ist, statt das einzigartige Glück anzunehmen. Dabei ist die Sache völlig ungefährlich. Der Gatte ist abwesend und ich bin ihre Amme und die Vertraute ihrer Herzensgeheimnisse. Ich tue alles zu eurer Vereinigung. Nichts steht dir hindernd im Wege, keine Braut, keine Ehefrau, abgesehen davon, dass sich die meisten vernünftigen Männer auch darüber hinweg zu Sätzen pflegen, weil es ihren Frauen keinen Schaden tut und ihnen selbst Vorteil und Genuss verschafft. Zum Schluss flocht sie in ihrer Rede noch ein paar Drohungen ein. Zart fühlende, verliebte Frauen werden grausam und rachsüchtig, wenn sie sich verschmäht sehen und üben, wie man es nicht anders erwarten kann, Vergeltung an denen, die sie verachten und beleidigen. Und dann denke daran, sie ist eine Perserin, sie ist königlichen Blutes, du selbst hast sie so angeredet. Es steht ganz in ihrem Belieben und in ihrer Macht, den Gefügigen auszuzeichnen, den Widerspenstigen zu züchtigen. Du bist ein Fremder, du stehst allein und niemand ist da, der für dich eintritt. Nimm also Rücksicht auf dich selbst wie auf sie. Sie verdient es, da sie sich aus Liebe zu dir so vergessen hat. Nimm dich in Acht vor dem Zorn verschmähter Liebe, hüte dich, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Ich kenne viele, denen es nachher Leid getan hat. In Liebesdingen habe ich mehr Erfahrung als du. Dies graue Haar, das du vor dir siehst, hat schon allerlei auf diesem Gebiete erlebt, aber einen so harznäckigen und spröden Menschen habe ich noch nie kennengelernt. Dann wandte sie sich an Chariklia, vor deren Ohren sie aus Not die Stirn hatte, so zu sprechen. Rede auch du, meine Tochter, sagte sie, deinem, wie bezeichne ich ihn am richtigsten, deinem Bruder vernünftig zu. Auch du wirst davon Vorteil haben. Du wirst nichts an Liebe verlieren, dafür an Wertschätzung gewinnen. Man wird dich mit Geld überschütten und dir zu einer glänzenden Heirat verhelfen. Das sind Dinge, um die sich schon Leute in günstigen Verhältnissen bemühen, geschweige denn Fremde, denen es jetzt an allem fehlt. Chariklia entgegnete ihr mit einem heißen Blick voll Bitterkeit und Ironie. Es wäre allerdings das Wünschenswerteste und Beste, die gute Arsacke wäre überhaupt nicht in diese Lage gekommen und wenn es geschah, sie ertrüge ihren Schmerz mit Fassung. Da sie nun aber eine menschliche Schwachheit ankam und überwältigte, wie du sagst, und sie ihrer Leidenschaft nicht Herr wird, so möchte auch ich Theagenes den Rat geben, sie nicht schroff abzuweisen, wenn er selbst nichts zu befürchten hat. Er darf sie ebenso wenig wie sich in Gefahr bringen, wenn etwa die Sache herauskommt und der Stadthalter auf irgendeine Weise von den unerlaubten Beziehungen erfährt. Kübele sprang auf und umarmte und küsste Chariklia immer wieder. Wie schön von dir, mein Kind, rief sie, dass du Mitgefühl hast mit einer Unglücklichen, die ja ein Weib ist, wie du selbst und dass du auch um die Sicherheit deines Bruders besorgt bist. Doch seinetwegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Selbst die Sonne wird, wie man sagt, nichts davon bemerken. Lass es jetzt gut sein, unterbrach sie Theagenes und gib uns Zeit, mit uns ins Reine zu kommen. Kübele entfernte sich unverzüglich. Ach, Theagenes, sagte Chariklia, das ist nun das Glück, das uns vom Schicksal zugedacht ist. Es ist mehr Unheil und Leid als das erhoffte Glück. Doch die Klugheit verlangt auch Widrigkeiten zum Guten zu wenden, soweit es in unserer Kraft steht. Hältst du es für richtig, bis zum Äußersten zu gehen? So will ich nichts dagegen sagen und würde, wenn unser Leben einzig und allein davon abhinge, keine Schwierigkeiten machen. Lehnst du aber, wie es richtig ist, ihre ungehörigen Zumutungen ab, so tu jedenfalls, ob du ihr zu Willen sein wolltest. Gib der Leidenschaft der Barbarin durch Versprechungen Nahrung und halte sie hin. Damit nimmst du ihr die Möglichkeit, rücksichtslos mit uns zu verfahren, wie sie es kann. Vielleicht dämpfest und besänftigst du auch die Glut ihrer Leidenschaft durch Hoffnungen, die du ihr machst und durch gute Worte. Inzwischen kann die Zeit mit dem Willen der Götter eine Wendung zum Guten herbeiführen, wenn dich, Theagenes, das Spiel mit der Sünde nur nicht verführt, sie wirklich zu begehen. Theagenes musste lächeln. Also auch du bist, wenn es darauf ankommt, erwiderte er, nicht gefeit gegen die ungeborene, angeborene Krankheit der Frau, gegen die Eifersucht. Du sollst wissen, dass ich so etwas nicht einmal vortäuschen kann. Es ist gleich schändlich, das Schlechte zu begehen, wie es auszusprechen. Wenn man Arsake glattweg die Hoffnung nimmt, hat das den Vorteil, dass sie uns nicht mehr belästigt. Muss ich aber dafür bösen, so hat mich das Schicksal und die Erfahrung schon genug darauf vorbereitet, was kommt, zu ertragen. Pass auf, gab Chariklia zu Antwort, dass du uns nicht in großes Unglück stürzest. Dann schwieg sie. Während beide noch hin und her überlegten, hatte Kübele der Arsake wieder Mut gemacht und ihr gesagt, sie dürfe sich den schönsten Erwartungen hingeben. Theagenes habe sich in diesem Sinne geäußert. Sie kehrte in ihre Wohnung zurück. Den Abend ließ sie verstreichen, in der Nacht aber beschwor sie Chariklia, die mit ihr vom ersten Tage an das Schlafzimmer teilte, ihr beizustehen. Am anderen Morgen fragte sie Theagenes, wie er sich entschieden habe. Als er schlank Weg ablehnte und keinen Schimmer von Hoffnung ließ, lief Kübele besorgt zu Arsake. Als sie ihr die bittere Nachricht brachte, ließ Arsake die alte gewaltsam entfernen, rannte in ihr Schlafgemach und warf sich voll Verzweiflung auf ihr Bett. Als Kübele aus dem Frauengemach stürzte, begegnete ihr Achemenes, ihr Sohn. Er sah ihren Kummer und ihre Tränen und fragte, »Ist etwas Besonderes, gar ein Unglück geschehen, Mutter?« Hat die Herrin eine schlimme Nachricht erhalten, etwa aus dem Feld? Machen die Äthiopier unserem Stadthalter Orondates im Kriege zu schaffen?« Er stellte noch eine Menge ähnlicher Fragen. »Unsinn«, sagte sie und lief an ihm vorbei, aber er ließ nicht locker, holte sie ein, faßte ihre Hände, küßte sie und bat, ihn als ihren Sohn doch wissen zu lassen, was sie bedrücken. Sie nahm ihn mit sich und führte ihn an eine abgelegene Stelle des Gartens. »Keinem anderen würde ich mein und meiner Herrin Leid anvertrauen,« sagte sie, »als dir.« »Da sie aber ganz außer sich ist und es auch für mich auf Leben und Tod geht, denn sie wird bestimmt ihre Wut und Verzweiflung an mir auslassen, so muss ich reden. Vielleicht, dass du für deine Mutter, die dir das Leben gegeben und dich an dieser Brust genährt hat, Hilfe weist.« Die Herrin liebt den jungen Mann, der bei uns wohnt. Aber es ist keine erträgliche Liebe, gewöhnliche Art, sondern hemmungslose Leidenschaft. Ich und sie haben bisher gehofft, ihr Befriedigung zu verschaffen, alles umsonst. Darum die vielen Freundlichkeiten und Gefälligkeiten für die beiden Fremden. Da nun der junge Mensch aus Dummheit, Eigensinn und Hochmut »Nein« sagt, so wird sie es nicht überleben und auch mich umbringen, weil ich sie mit Versprechungen vertröstet und betrogen habe. »So stehen die Dinge, mein Sohn. Wenn du einen Ausweg weist, hilf mir, wenn nicht, so mach dich darauf gefasst, deine Mutter zu beerdigen.« »Kann ich auf eine Belohnung rechnen?« »Mutter«, fragte er. »Dir gegenüber brauche ich keine Umstände zu machen. Wenn ich dir Hilfe verspreche, so sind jetzt, wo ich dich so in Angst und Verzweiflung sehe, keine langen Umschweife mit viel Worten am Platz.« »Erworte alles, was du wünschst«, erwiderte Kübele. »Zum ersten Mundschenk hat sie dich mir zuliebe schon gemacht. Wenn du eine noch höhere Auszeichnung verlangst, so brauchst du es nur zu sagen. Das Geld wirst du nicht zählen können, das du bekommst, wenn du die Unglückliche rettest.« »Längst habe ich dies alles vermutet, Mutter«, entgegnete er, »und nur schweigend abgewartet, worauf es hinauslaufen würde.« »Aber nicht auf Titel und Geld lege ich Wert, sondern auf das Mädchen, die angebliche Schwester des Diagenes. Wenn ich sie zur Frau bekomme, dann sollen alle Wünsche Arsakes erfüllt werden. Ich liebe das Mädchen rasend, liebe Mutter. Da die Herren ja aus eigener Erfahrung weiß, was es mit dem Liebesschmerz auf sich hat, so wird sie für einen Leidensgefährten, der überdies Erfolg verheißt, das rechte Verständnis haben.« »Daran brauchst du nicht zu zweifeln«, erwiderte Küwele. »Die Herren wird dir als ihrem Helfer und Retter unbedingt den Lohn gewähren. Im Übrigen werden wir das Mädchen vielleicht schon unter uns überreden. »Aber sag mir nur, wie willst du der Herrin helfen?« »Nicht er«, antwortete er, als bis sie mir ein eidliches Versprechen gegeben hat. »Vorerst unternimm nichts bei dem Mädchen. Ich sehe, dass auch sie ihren Stolz hat. Sonst verdirbst du die Sache nur.« »Es soll alles geschehen«, sagte sie, rannte zu Arsake ins Schlafzimmer und warf sich vor ihr nieder. »Freue dich nur«, rief sie, »alles wird gut werden mit der Götterhilfe. Lass nur meinen Sohn Achemenes eintreten.« »Er soll kommen«, sagte Arsake, »wenn du mich nicht wieder betrügen willst.« Achemenes trat ein. Nachdem die Alte alles auseinandergesetzt hatte, versprach ihm Arsake unter Eid, seine Heirat mit der Schwester des Theagenes zustande zu bringen. »Herrin«, erklärte Achemenes, »da Theagenes dein Sklave ist, soll er nicht weiter seiner eigenen Herren gegenüber den Spröden spielen.« Auf ihre Frage, wie er das meine, erzählte er alles. Wie Theagenes durch Kriegsrecht Gefangener wurde, wie Mitranis ihn an Orondates zwecks Weiterleitung an den Großkönig geschickt habe, wie er Achemenes selbst die Überführung übernommen, ihn aber durch einen verwegenen Überfall der Beseer unter Theamis verloren habe und sich selbst gerade noch habe retten können. Schließlich wies er Arsake noch das bereitgehaltene Schreiben des Mitranis an Orondates vor mit dem Bemerken, wenn es noch weiterer Beweise bedürfe, so habe er auch Theamis zum Zeugen. Diese Enthüllungen ließen Arsake aufhorchen. Ohne lange zu warten, verließ sie das Schlafzimmer, begab sich in ihren Audienzsaal und ließ Theagenes vorführen. Als er erschien, fragte sie ihn, ob er Achemenes kenne. Dabei zeigte sie auf den Neben ihr Stehenden. Als er es bejahte, fragte sie weiter, hat er dich nicht als Kriegsgefangenen übernommen, um dich hierher zu bringen? Auch das musste Theagenes bejahen, worauf sie fortfuhr. Dann weißt du also auch, dass du mein Sklave bist. Du hast ihm nach Sklavendienste zu tun und meinen Befehlen zu gehorchen, auch wenn es dir nicht passt. Deine Schwester bestimme ich dem Achemenes zur Frau. Er nimmt den ersten Rang an meinem Hof ein, einmal seiner Mutter wegen und dann, weil ich ihn für seine eigene Treue gegen mich belohnen will. Mit der Hochzeit soll man so lange warten, bis ein geeigneter Tag bestimmt und ein glanzvolles Fest vorbereitet ist. Diese Erklärung traf Theagenes wie ein Dolchstoß. Doch er hielt es für klug, keinen Widerstand zu leisten, sondern sozusagen dem Angriff der wilden Bestie auszureichen. Herren, erwiderte er, denn Göttern sei Dank, dass wir, die wir aus gutem Hause sind, bei all unserem Missgeschick wenigstens das Glück haben, nicht andere Leute, sondern deine Sklaven zu sein, die du uns, obwohl wir hier fremd und unbekannt sind, so freundlich und gütig behandelt hast. Was meine Schwester angeht, sie ist übrigens keine Gefangene und kann folglich auch keine Sklaven sein, wird dir aber gerne dienen und die Stellung annehmen, die du für richtig empfindest, so überlege und mach mit ihr, was du für richtig hältst. Er soll unter die Tafeldienerschaft eingereiht werden, bestimmte sie weiter und Achemenes soll ihn als Mundschenk unterweisen, damit er sich schon jetzt an den königlichen Dienst gewöhnt. Die beiden jungen Männer gingen hinaus. Theagenes bedrückt und nachdenklich überlegte, was er tun solle, während Achemenes höhnisch lachte und sich über ihn lustig machte. Der eingebildete, hochmütige Jügendling, sagte er, der eben noch den Kopf so hoch trug, als wäre nur er ein freier Mann, der es nicht fertig brachte, ihn zur ehrfurchtsvollen Begrüßung zu beugen. Jetzt wirst du dich wohl dazu herablassen oder wirst du dich lieber durch Schläge dazu erziehen lassen, dich krumm zu machen? Asake entließ inzwischen ihre Umgebung und blieb mit Kübele allein. Also, beste Kübele, sagte sie, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Geh zu dem Starrkopf und sag ihm, wenn er gehorchen und sich meinen Wünschen fügen will, so soll er die Freiheit erhalten und ein herrliches Leben führen. Beharrt er dagegen auf seinem Eigensinn, so soll er eine verschmähte, liebende und eine aufgebrachte Herrin kennenlernen. Dann wird er die härteste und erniedrigendste Sklaverei und jede Art von Strafen zu Kosten haben. Kübele richtete den Auftrag Asakes aus, wobei sie von sich aus noch allerhand Zusätze machte, die ihr zweckmäßig erschienen, um ihn zu einem Entschluss zu bringen. Theagenes bat sie, noch etwas zu bleiben und nahm Chariklia beiseite. Es ist zu Ende mit uns, Chariklia, rief er aus. Alle Stricke sind gerissen, wie man sagt. Jeder Hoffnungsanker ist uns zerschlagen, nicht einmal dem Namen nach. Ist uns Unglücklichen die Freiheit geblieben? Wir sind wieder Sklaven geworden. Er erklärte ihr die näheren Umstände. Wir sind von nun an der Willkür dieser Barbaren ausgeliefert. Wir müssen uns ihrem Willen fügen und wir gehören zu den Verdammten dieser Herren. Das mag noch zu ertragen sein, fuhr er fort. Das Bitterste aber ist, dass Asake dich Achemenes, dem Sohne Kybelis zur Frau versprochen hat. Dass es dazu nicht kommen wird oder dass ich es nicht erleben werde, wenn es geschieht, ist allerdings sicher, solange noch ein Schwert da ist oder eine andere Waffe, um es zu verhindern. Doch was kann man tun oder was für eine List kann man ausfindig machen, um meine Vereinigung mit Asake und deine schändliche Verkuppelung an Achemenes zu verhindern? Ich weiß nur ein Mittel, entgegnete ihm Schariklia, wenn du zu dem Ersten deine Einwilligung gibst, so kannst du es verhindern, dass der andere Fall, der mich betrifft, eintritt. Kein Wort darüber, rief er. So weit soll die Macht des Dämons, der über uns waltet, nicht reichen, dass ich, der ich Schariklia nicht berührt habe, mich durch sträflichen Umgang mit einer anderen Frau beschmutze. Doch da fällt mir etwas anderes ein, was helfen kann. Die Not macht offenbar erfinderisch. Er ging wieder zu Kübele. Trage deine Herren mit, sagte er, dass ich sie allein und ohne Zeugen sprechen will. Jetzt ist es so weit, dachte die Alte, jetzt ist er klein geworden. Sie hinterbrachte, es gleich Arsacke und erhielt den Auftrag, den jungen Mann nach dem Abendessen zu ihr zu bringen. Das tat sie. Sie befahl der Dienerschaft, die Herren nicht zu stören und auch in den Nachbarräumen vollkommene Ruhe zu wahren. Dann führte sie Theagenes hin. Alle übrigen Zimmer lagen im Dunkel, niemand konnte sie sehen. Nur in dem Schlafgemach brannte eine Lampe. Als sie ihn hereingeführt hatte, wollte sie sich zurückziehen, doch Theagenes hielt sie fest. Gestatte, Herren, bat er, dass Kübele einen Augenblick da bleibt. Ich weiß ja, dass sie eine zuverlässige Hüterin deiner Geheimnisse ist. Er ergriff Arsakes Hände. Meine Gebieterin, fuhr er fort. Nicht aus Trotz gegen deinen Willen habe ich es bisher hinausgeschoben, deinen Befehl auszuführen, sondern aus Sorge auch ganz sicher zu gehen. Jetzt, wo mich das Schicksal zum Glück noch zu deinem Sklaven gemacht hat, bin ich mehr als je bereit, mich ganz deinen Wünschen zu fügen. Nur eine einzige Gnade gewähre mir, nachdem du mir so viel Schönes versprochen hast. Mache die Verlobung des Achemenes mit Chariklia rückgängig. Von allem anderen zu schweigen widerspricht es allen guten Sitten, ein vornehmes junges Mädchen mit einem gewöhnlichen Sklaven zu verheiraten. Andernfalls, das schwöre ich dir, beim herrlichsten aller Götter Helios und bei den anderen Göttern, wer dich unter keinen Umständen deinen Wünschen will fahren. Und wenn Chariklia irgendwie Gewalt geschieht, wirst du mich aus eigener Hand sterben sehen. Sei versichert, erwiderte Achsake, dass ich dir jeden Gefallen tun werde, wo ich doch bereit bin, mich dir selbst zu schenken. Doch bin ich jetzt gebunden, ich habe mich durch einen Eid verpflichtet, deine Schwester dem Achemenes zu geben. Gut, meine Herrin, entgegnete er, gib ihm meine Schwester, wenn ich eine habe. Meine Verlobte, meine Braut, ja, ich muss sagen, meine Gattin, das wirst du nicht wollen, ganz gewiss nicht. Und auch wenn du wolltest, wirst du sie ihm nicht geben. Was willst du damit sagen, rief sie. Die Wahrheit ist, antwortete er, Chariklia ist nicht meine Schwester, sondern meine Braut. Damit bist du deines Eides entbunden. Wenn du noch einen anderen Beweis haben willst, desto steht es dir frei, ihre Verheiratung mit mir anzuordnen. Arsake nahm die schmerzliche Eröffnung, dass Chariklia seine Verlobte und nicht seine Schwester sei, nicht ohne leidenschaftliche Eifersucht auf. Doch sagte sie nur, also, meinetwegen, so wollen wir Achemenes durch eine andere Heirat trösten. Dann bin ich gleichfalls einverstanden, erwiderte er, wenn diese Angelegenheit in Ordnung gekommen ist. Er trat auf sie zu, um ihre Hände zu küssen. Sie bückte sich, bot ihm statt der Hände die Lippen und küßte ihn auf den Mund. Die Agenes entfernte sich, nachdem er den Kuss empfangen hatte, ohne ihn erwidert zu haben und erzählte bei der ersten Gelegenheit alles Chariklia. Sie hörte manches nicht ohne Eifersucht, aber er setzte ihr die Gründe auseinander, aus denen er, Arsake, seine befremdliche Zusage gemacht habe und wie auf diese Weise mit einem Schlag allerlei gewonnen sei. Achemenes ist ein Strich durch seine Heiratspläne gemacht, sagte er, und gegenüber Arsakes Drängen ist fürs Erste ein Vorwand gefunden, um sie weiter zu vertrösten. Die Hauptsache ist nach meiner Meinung, dass Achemenes großen Lärm schlagen wird, aus Wut über seine enttäuschten Erwartungen und aus Ärger darüber, dass ich ihn in Arsakes Gunst verdrängt habe. Es wird ihm ja nichts unbekannt bleiben, seine Mutter wird ihm alles erzählen. Auf ihre Anwesenheit bei der Aussprache habe ich absichtlich gedrungen, denn ich wollte, dass sie ihrem Sohn alles widersagt. Auch sollte ein Zeuge dafür vorhanden sein, dass es bei meinem Zusammensein mit Arsake nur bei Worten geblieben ist. Es ist vielleicht schon genug, wenn man sich keiner Schlechtigkeit bewusst ist und auf die Hilfe der höheren Mächte vertraut. Doch ist es ganz gut, wenn man die Menschen, mit denen man zu tun hat, auch davon überzeugt und dieses vergängliche Leben in aller Offenheit lebt. Man kann wohl damit rechnen, setzt er hinzu, dass Achemenes der Arsake einen Streich spielen wird, schon als Sklave von Geburt, Untergeordnete stehen ja gewöhnlich in Opposition gegen ihren Herrn, dann, weil er sich mit dem Eid hintergangen und auf die Seite geschoben fühlt. Ferner ist er verliebt und muss nun hören, dass ihm andere vorgezogen werden. Schließlich weiß er genau um alle ihre Sünden und Schandtaten, so hatte es nicht erst nötig, wozu sich sonst manche in ihrer Verbitterung hinreißen lassen, üble Nachreden gegen sie zu erfinden, sondern braucht sich zur Befriedigung seiner Rache nur an die Tatsachen zu halten. So brachte er vieles vor und versuchte Schariklia einigermaßen Mut zu machen. Am anderen Tage wurde er von Achemenes abgeholt, um gemäß Arsakes Befehl an der Tafel zu bedienen. Sie hatte ihm eine besonders kostbare persische Bekleidung geschickt, bezog sie an und ließ sich halbgezwungen die goldenen Ketten und den Juwelen besetzten Halsschmuck umlegen. Als ihm Achemenes eine seiner Pflichten als Mundschenk erklären und zeigen wollte, ging er rasch zu einem der Anrichtetische, auf denen die Trinkgefäße standen und nahm eine von den kostbarsten Schalen. Ich brauche keinen Unterricht, sagte er, sondern werde die Herren auf meine Weise bedienen. Von einer so einfachen Sache braucht man nicht viel Aufhebens zu machen. Dich, mein Lieber, zwingt deine Stellung, diese Dinge zu lernen. Mich lehren Takt und Umstände, was ich zu tun habe. Damit reichte er, nachdem er den Wein richtig gemischt hatte, ach, sacke die Schale, die er gewand auf den Fingerspitzen darbot. Der Wein berauschte sie noch stärker. Während sie ihn schlürfte, starrte sie die Ergenes unverwand an. Sie tranken Wein und Liebe. Sie leerte die Schale nicht ganz, sondern ließ mit Bedacht einen kleinen Rest darin, als wollte sie sagen, das trinke ich dir zu. Dieser Vorgang versetzte Achemenes einen neuen Stich und steigerte seine Wut und Eifersucht. Auch Arsacke konnte es nicht entgehen, wie er den Anwesenden hämische Blicke und Bemerkungen zuwarf. Als die Tafel aufgehoben wurde, wandte sich Theagenes in Arsacke. Ich bitte dich um eine erste Gefälligkeit, Herrinnen, sagte er. Erlaube, dass ich diese Kleidung nur tragen muss, wenn ich dich bediene. Sie nickte zustimmend und er entfernte sich, um seine gewöhnliche Kleidung anzulegen. Achemenes begleitete ihn, wobei er ihm wegen seiner Aufdringlichkeit Vorwürfe machte und ihm vorstellte, wie törig diese Dreistigkeit sei. Die Herren habe dies erste Mal mit Rücksicht auf seine Unerfahrenheit als Ausländer noch ein Auge zugedrückt. Wenn er aber diese Nicht-Achtung auch weiterhin so offen zeige, werde er es bald bereuen. Ich gebe dir diesen Rat in aller Freundschaft umso mehr, als ich demnächst verwandtschaftlich mit dir verbunden bin, als dein Schwager, wie die Herrin mir versprochen hat. In dieser Weise schwatzt er weiter, während Tiagenes ohne hinzuhören, in Gedanken versunken neben ihm herging, bis sie Kübele begegneten, die auf dem Wege zu Herren war, um sie zur Mittagsruhe zu betten. Als sie die Verstimmung ihres Sohnes bemerkte, wollte sie den Grund wissen. Der junge Ausländer gilt mehr als ich, sagte er, gestern erst hat er sich hier eingedrängt, jetzt ist er schon Mundschenk. Ohne sich um mich als Oberstallmeister und Oberweinschenk zu scheren, reicht er die Trinkschale und pflanzt sich neben ihrer königlichen Hoheit auf, sodass ich meinen Posten nur noch dem Namen nach einnehme. Aber dass er derart und noch auffallender ausgezeichnet und ins aller intimste Vertrauen gezogen wird, nur weil ich törichterweise schweigend mitmache, das ist so schlimm, es ist noch nicht das Schlimmste. das könnte könnte sich wenigstens abspielen, ohne dass unser einer, der bei diesen schönen Dingen mitmacht und mithilfe vor den Kopf gestoßen wird. Doch davon ein andermal. Jetzt, liebe Mutter, brenne ich darauf, meine Braut zu sehen, meine reizende Schrecklia. Vielleicht vertreibt mir ihr Anblick die schlechte Laune. Was für eine Braut, mein Sohn, fragte Kübelem. Offenbar regst du dich über die unwesentlichen Kränkungen auf und hast keine Ahnung von der Größten. An Schrecklia brauchst du nicht mehr zu denken. Was soll das heißen, schrie er, bin ich etwa nicht gut genug, eine zu heiraten, die auch nur eine Sklaven ist, weshalb denn, Mutter? Ihr sind selber schuld daran, erwiderte sie, unsere strafbare Ergebenheit und Treue gegen Arsake. Ihr zuliebe haben wir uns selbst in Gefahr gebracht. Damit sie ihre Lust befriedigen kann, haben wir unser Leben aufs Spiel gesetzt. Bei jedem süßen Wunsch haben wir ihr geholfen. Und da braucht dieser edle Jüngling, dieser famose Galan, bloß einmal in ihrem Schlafzimmer zu erscheinen, sie braucht ihn nur ein einziges Mal zu sehen und schon hat er sie beredet, den dir geleisteten Ei zu brechen und ihm Chariklia zu versprechen, die angeblich nicht seine Schwester, sondern seine Braut ist. Und das hat sie ihm versprochen, Mutter? Das hat sie mein Sohn erwiderte Kübele in meiner Gegenwart und vor meinen Ohren und sie wird in Dir hat sie eine andere Braut zugedacht. Achemenes stöhnte tief und ballte die Fäuste. Ich werde ihnen die Hochzeit versalzen, riefe. Hilf mir nur, dass die Heirat hinausgeschoben wird. Wenn jemand nach mir fragt, so sage, ich hätte auf dem Lande einen Unfall gehabt. Seine Braut nennt der feine Knabe also seine Schwester, als ob man nicht merkte, dass er dies nur vorgibt, mich zu verdrängen. Mag er sie umarmen, mag er sie selbst küssen, wie eine Braut oder gar bei ihr schlafen, ein herrlicher Beweis, dass sie nicht seine Schwester, sondern seine Verlobte ist. Doch ich werde es ihm zeigen, die Götter, die durch den Eidbruch beleidigt sind, werden mir helfen. Rasend vor Zorn und Eifersucht, vor Leidenschaft und Enttäuschung, die schon jeden anderen hätten außer sich bringen lassen, wie viel mehr noch einen Barbaren, überdachte Achemenes gar nicht den Einfall, der ihm plötzlich gekommen war, sondern folgte ganz dem ersten Impuls. Kaum war es Abend, da holte er ein armenisches Pferd heimlich aus dem Stall, eines von denen, die für festliche Aufzüge und Veranstaltungen des Stadthalters bereitstanden und ritt zu Orondates, der gerade bei Großtheben den Feldzug gegen die Äthiopier vorbereitete, Truppen aller Waffengattungen zusammenzog und eben das Heer zum Abmarsch bereit machte.